Boah, wenn ich mit Centella Knight gewinnen würde, das würde mich echt überraschen. Das Deck hat echt seine besten Tage schon hinter sich. Ich frage jetzt einfach mal Maurizius, was er spielt. Yo, Maurizius, geht? Hi, was gibt's? Ich bin neugierig. Ich dachte mir, ich frage dich einfach mal, was du für ein Deck spielst. Was ich spiele? Ich spiele To Draco. Ja, genau. Nein, Spaß. Was spielst du denn? Ich spiele Centella Knight. Ah, Centella Knight. Nice. Ich spiele Cosmo. 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 Also, dann bis zum Spiel, ne? Alter. Ey, Matze, das ist einfach nicht witzig. Ich wollte ja dabei sein, aber das ist einfach echt, das ist einfach uncool. Fucking Cosmo, wirklich jetzt. Ich bin raus, dann müsst ihr euch jemanden anderen suchen, wirklich. Pff, boah, ey, so ein Kindergarten. Ey, Matze, das ist echt Wahnsinn. Das ist Cosmo. Ey, komm, das ist doch... Jetzt beruhige ich dich mal wieder. Alles gut. Was heißt beruhigen, Cosmo? Ja, nee. Stopp. Echt nicht lustig. Bevor du jetzt hier ausrastest. Ich mach dir ein Angebot. Ja? Ja. Irgendwas Angebot. Ich setze den Dark Destroyer auf 1. Dafür machst du weiter. Ist das okay für dich? Ja. Ja. Ja, okay. Ja. Gut. Ja, klingt okay. Ja, ich bleib weiter dabei. Alles klar. Alles klar. Ciao. Gut, kein Problem. Jedoch hat niemand gesagt, dass ich First gehen muss. Muahaha!